Musik 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 Camper Why are you using S23 Ja warum nicht Das ist hier die Frage Ja Aber es beschwert sich Klar Ace ist halt die meistgenutze Waffenbiker Weil ganz ehrlich Du kannst mit jeder anderen Waffe die outrunnen Du nimmst halt M416 Du könntest ein LMG nehmen Ja Vor allem jetzt ABS Was auch hohe Feuerrat hat Ja ABS Die stärkste LMG mit überhaupt Hat kein Recall Und ist einfach zu spielen Selbst mit Chibi schwerer Lauf Absolut ok D 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 Jetzt hab ich auf einmal hier One-Hitzt. Das hast du aufgeräumt, ne? Die Gegner fallen um. Das ist lächerlich. Normalerweise soll das ja auch immer so sein. Ja. Ja, ich kann dich nicht holen, ne? Ja, der, der... Ich taue immer noch rum. Leute, komm! Und in den Rücken. Was für ein Wunder. Ja, wenigstens refft er mit mir 20. Leute! Hinten beim Container drinnen. Bei dem LKW. Ja. Noch einer hier draußen. Hier ist... Tss! Natürlich. Harry weift mich nicht zurück. Das Geile ist, Emre Pasha joggt mir immer noch. Zu meiner Liste. Aber der ist auch immer im Gegner, typischerweise. Und wieder tot. Boah, geht mir so auf den Sack. Dann ist der und wieder, der will noch abgefahren. Ja, ich weiß. Es ist so ein Po. Alles. Ja, schießt sie bitte, wo ist das Nerven zu untersuchen, das ist ja geil. Die Gegner sind schon richtige Bots, ne, das ist... Also dieser zweite Gegner-Team ist auch wieder, wo ich meine, wir spielen 11 zu 8 und wir voll auf den Sack kriegen, ne. Alles so. Und wieder tot, aus Pech. Sorry, er schleppt teilweise, wenn man Sentsu los, ne. Und wenn ich höre, stelle, treffe ich nichts. Ja, aber es ist auch eine Übung. Ja klar, es ist Übung, aber wenn du jahrelang so spielst, ne, als es das für eine Ungewöhnung ist. Ja, meistens brauchst du es dann ja auch nicht mehr ändern, wenn du dich eine Ungewöhnung hast. Ja, weil das Problem ist, es war ja schon immer so, sobald du mehrere Gegner bist, dann kannst du dich nicht mehr ordentlich, ne. In einem Battlefield eigentlich tust du ja immer relativ, ja, close fights, so, ne. Man ist ein Gegner mal richtig weit weg. Ja, das ist ein Mensch. Ja Naja, kein Kommentar, das ist halt absolut lächerlich so was, da würde ich einfach No Damage einfügen ins Spiel, soweit die Leute mich trifft. Drei müssen wir noch erledigen, over. Das ist Kran auch noch hier, ganz vergessen. Was, nur drei? Hey, 0 zu 34. Klar, das ist total lächerlich. Drei müssen noch ein wohnt. Drei müssen noch ein wohnt. Dragons-Myst. Drei müssen noch eine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020